Herzlich Willkommen zu unserem vierten Podcast. Mein Name ist Linus und ich mache im Moment mein BFD hier in der Kunstwerkstatt. Heute wird es etwas um das Jugendteam gehen. Das hatte ich schon mit Marlo einmal ein bisschen genauer angekündigt. Und deshalb ist Jule heute hier. Hallo, ich bin Jule. Ich studiere Fotografie in Bielefeld und ich bin seit ein paar Jahren ebenfalls im Jugendteam tätig oder engagiert. Ja, dann würde ich erst mal darauf kommen, wer überhaupt im Jugendteam ist. Und im Jugendteam sind Jugendliche im Alter zwischen 13 und 20 Jahren. Und ja, wir treffen uns einmal im Monat und machen dann unterschiedliche künstlerische Aktivitäten. Ja, wir kochen auch ein bisschen zusammen, tauschen uns persönlich aus oder planen auch Events oder Happenings. Genau. Stehen auch in Kontakt über WhatsApp und tauschen uns da auch sporadisch aus. Genau. Also wir haben in der Vergangenheit einige Projekte gemacht oder gefördert, wie auch immer. Darunter zum Beispiel die Schneckenaktion. Dabei haben wir Schnecken gebastelt aus... Wir haben die Körper gefilzt und die Schneckenhäuser haben wir gekauft und angemalt. Und dann haben wir da so kleine Botschaften reingesteckt, die irgendwie ein nettes Zitat oder sowas drauf hatten. Eine nette Botschaft, um halt den Menschen, die sie gefunden haben... Den Tag zu versüßen. Den Tag zu versüßen, genau. Wir haben die dann halt hier in Kreuznach. Ich glaube, an einem Treffen dann haben wir uns ganze zwei Stunden damit beschäftigt, einfach nur Schnecken hier in Kreuznach zu verteilen. Ja. Ansonsten haben wir noch unsere eigenen Sticker-Design, beziehungsweise Sticker für die Kunstwerkstatt. Das Projekt liegt jetzt leider im Moment so noch ein bisschen auf Eis wegen Corona, weil wir uns im Moment nicht so aktiv treffen können. Zumindest hier nicht in den Räumlichkeiten. Aber sobald das wieder möglich ist, werden wir da auch an dem Projekt weiterarbeiten. Ja. Dann waren wir auch teilweise involviert in dem Projekt der Welle im Chorpark. Die Sitzgelegenheit, die da steht, die hat was mit der Kunstwerkstatt zu tun, mit dem Jungen Team, genau. Außerdem war jetzt neulich ein Schuhprojekt, also das war das Schuhprojekt, wo drückte Schuhe, da war das Jungteam auch... Daran beteiligt, über Online-Unterricht, also über ein Online-Meeting, haben wir halt die Schuhe dann als Statuen gestaltet. Und da haben wir, jede Person hatte immer einen Schuh und einen Fuß, der aus Gips oder Seife gegossen war. Und dann haben wir uns halt damit ein bisschen mehr beschäftigt. Und dann haben wir halt die inneren Werte, wie man sich fühlt, mit dem Schuh dargestellt. Und das Äußere, wie die Gesellschaft einen wahrnimmt, so ein bisschen halt mit dem Schuh dargestellt. Und dann haben wir zu dem Thema halt, jeder hat persönlich dann halt ein Thema ausgewählt, was einen bedrückt. Und dann haben wir dazu halt zu den Themen halt Schuhe und Füße designt. Ja, in Zukunft planen wir, uns mit einem Künstler zusammenzusetzen und eine Hauswand mit Graffiti zu besprayen. Liegt aber leider noch im Moment ein bisschen auf Eis. Auch Corona-bedingt leider sind wir ein bisschen eingeschränkt, weshalb wir uns ja auch nur online treffen können. Aber das planen wir ja auch fortzusetzen. Sobald es wieder möglich ist. Ansonsten hatten wir auch noch irgendwann mal unsere eigenen Pullis designt. Ich glaube, die fliegen immer noch ein paar rum, die noch nicht abgeholt worden sind. Aber genau, ja, da haben wir uns dann halt überlegt. Und dann haben wir uns halt überlegt, wie genau die aussehen sollen. Genau, und dann haben wir uns halt eigene Pullis gemacht. Ansonsten ist halt im Moment nicht so viel aktiv, aktiv, weil Corona-bedingt halt wir uns nicht zu zehnt, zwanzig sind, wann wir zwischenzeitlich mal treffen können. Aber wir machen halt trotzdem immer noch über online, treffen uns ab und zu. Genau, haben uns vor ein paar Wachen auch dann über einen Online-Dienst getroffen mit ein paar ehemaligen, was heißt ehemaligen, relativ inaktiven Mitgliedern des Jugendteams, die jetzt alle so ein bisschen verstreut sind, wegen Abitur und Studieren und so. Und dann haben wir auch zusammen ein veganes Curry gekocht und ein bisschen geredet. Ja, haben uns ein paar künstlerische Positionen dann vorgestellt. Da hat jemand seine eigene Modo-Kollektion über die Corona-Quarantäne designt. Eine Person hatte auch eine Ausstellung, an der sie gerade beteiligt war. Und manche Leute haben Bücher vorgestellt, irgendwelche Zeichnungen, die irgendwer gemacht hatte, waren auch da. Oder der Lieblingsfilm wurde vorgestellt und so halt ein bisschen uns gegenseitig am Leben der anderen teilhaben lassen. Genau, was halt im Moment so irgendwie das Einzige ist, was wir machen können. Aber wir hoffen schon, haben auch schon relativ viele Pläne für, sobald wir uns wieder treffen können. Ja, dann würde ich sagen, schön, dass du da warst, Jule. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, dann tschüss. Wenn ihr jetzt noch mehr über die Kunstwerkstatt erfahren wollt, dann guckt auch auf unserem Instagram- oder Facebook-Account vorbei oder besucht unsere Website www.kunstwerkstatt-kh.de Danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr zugehört habt.